Willkommen zu einem weiteren neuen random Steam-Game. Heute spielen wir PikuNiku, einem Spiel, was ich glaube ich vor ein paar Monaten oder so random einfach in dem Steam-Store gefunden habe und ich dachte mir, ja, das sieht cool aus. Ich mag ihn in Art-Style sehr. Und am Anfang war ich mir gar nicht sicher, ob ich das spielen möchte, weil das auch so ein bisschen kindisch wirkte. Aber ich habe mich dann doch überreden lassen und ich glaube, das Spiel ist gar nicht mehr so kindisch, wie ich am Anfang sagte. Und wie gesagt, ich habe es dann vor ein paar Monaten gekauft. Ich weiß gar nicht, wie viel das Spiel gekostet hat, aber ich werde es mal hier einblenden, falls ich daran denke. Und ja, das Spiel ist so eine Art, also ich glaube, das Spiel ist so eine Art 2D-Open-World, wo man so ein bisschen erkunden muss und ein bisschen den Leuten so helfen muss. Ein paar Aufgaben halt, der legen ja so ein Mission. Und ja, ich dachte auf jeden Fall, das wäre ganz cool. Ich weiß nicht, ob das jetzt stimmt, was ich gerade gesagt habe, aber das ist zumindest das, was ich für den Eindruck hatte. Es gibt auch Koop, den werden wir auch machen. Und ja, das ist ja ein neues Display, so gesehen, weil das Spiel wird länger dauern als eine Folge. Und ich würde sagen, wir machen jede Folge so 20, 30 Minuten. Ich muss noch gucken gleich, wie lange ich das aufnehmen möchte. Aber ich schätze mal, jede Folge 20 Minuten, das würde schon passen. Und ich lasse mich nicht so schnell reden. So zwei, zwei, vier Sprachfehler. So. Ihr seht, ich spiele mit Controller. Man kann auch ganz normal mit Tastatur spielen. Mit Pro Controller, Switch Pro Controller, by the way. Und man kann auch mit Tastatur spielen, aber ich fand das sehr seltsam mit Tastatur zu spielen. Also ich habe es nicht gespielt, aber ich habe mir die Steuerung angeschaut und das sah halt ein bisschen seltsam aus. Ich hoffe, Audio passt. Ansonsten muss ich das gleich ein bisschen beheben. Ansonsten müsste alles passen. Ich hoffe, das passt. Und fang an! In 3, 2, 1, jetzt! Warte, warte, jetzt! Hallo? Psst! Komm näher! Ich will dir was geben! Stell dir vor... Gratis Geld! Ja! Du hast richtig gehört! Ich will dir Geld geben! Kostenlos! Gratis Geld! Ich sag dir, wie das funktioniert. Du hast wahrscheinlich viel Müll in deiner Stadt. Und dann nimm viel Platz weg! So, sorry, ich muss dir jetzt doch nochmal ein bisschen den Sound runterschrauben. Ich hoffe, es passt. Wir machen weiter. Ich schicke meine Roboter in deine Stadt und die sammeln all das nutzlose Zeug. Du brauchst gar nichts zu machen. Krass. Verflixt, sie geben dir sogar noch Geld dafür. Gratis Geld! Du vertraust mir doch nicht? Na, dann vertraut diesem Kerl! Vertrau mir, es ist gratis Geld! Siehst du, wie ich es gesagt habe? Wenn nächstes Mal einer meiner riesigen Roboter mit deiner Stadt fliegt, lass ihn also friedlich arbeiten und ich mach dich im Handumdrehen reich! Bis dann, pass auf dich auf und denk daran! Du bist perfekt! Sunshine Inc. Eine bessere Welt wartet schon. Okay. Hauptaufgabe! Wach auf! Wie wache ich auf? Oh. Hallo. Oh gut, du bist endlich wach. Äh. Quebe des Moverte? Ich kann leider kein Spanisch, glaube ich, ist das? Sorry, falls ich dich jetzt richtig gebutchert habe. Okay, ich kann mich bewegen. Oui! Oh! Ja, mach mal meine Beine! Habe ich das gemacht? Oh yeah, ich kann dancen. Boah! Damn, damn! Wie springe ich? Okay, mit B kann ich mich rollen. Okay, mit A kann ich springen. Oh, ich kann kicken! Huah! Was gibt's hier unten? Oh, das ist das Haus von ihm. Was gibt's hier drin? Das ist halt seine Wäsche, ne? Oh, ich kann mit dem Ball spielen. Sehr interessantes Spiel, muss ich zugeben. Primo. Tut mir leid, dass ich dich geweckt habe. Du hast lange geschlafen. Ich glaube, es wird Zeit für ein bisschen frische Luft. Okay, was kann man sagen? Wir können sagen, du gehst also weg und wer bist du nochmal? Äh. Du gehst also weg? Ich kann nicht nach draußen. Ich bin ein Geist. Ich würde sterben. Finde einen Weg hinaus! Es ist gefährlicher, wenn zu reisen. Nimm das. Meine volle moralische Unterstützung. Tut mir leid. Als Geist habe ich nicht viel, was ich dir geben kann. Alles klar. Da könnten wir lang... Aber bevor ich da lang gehe, möchte ich oben gucken. Komm, wir nehmen mein Steinchen mal mit. Okay. Ah! Was ist das hier unten? Ist das Gelee oder so? Sieht aus wie Gelee. Okay, die Musik ist sehr interessant. Allgemein die Atmosphäre. Sehr interessant. Was der? Hä? Ist der Geist ja schon wieder. Moment, wir gucken mal ganz kurz hier vorbei. Oh! Boing! Boing! Okay. Wie gesagt, ich spiele das Spiel blind. Und ich glaube, es gibt ein Spiel auch 100%. Da bin ich mir noch nicht 100% sicher. Versteht ihr? Ob ich das 100% des Play. Hm, also ich bin gespannt. Ich werde mal schauen. Ah, dieser große Felsen wirkt nicht sehr stabil. Vielleicht kannst du gegen ihn treten. Haia! 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 Boah. Krasses Skills. Ding, 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 ding. Und boing! Nein! Boing! Okay, die Steuerung ist lustig. Erwindet mich ein bisschen an Octodert, muss ich zugeben. Halten ist so eine skurrile Steuerung. Das ist eigentlich echt lustig. Boing! Aber was hat der Typ am Anfang gelabert? Kostenloses Geld? Stimmt das oder... Stimmt das vielleicht was anderes hinterher? Werden wir uns herausfinden. Demnächst bestimmt. Okay, da geht es weiter. Moment, was gibt es denn hier oben? Pschu, 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 pschu. Oder gibt es multiple, multiple paths? Kann ich nicht treten oder so? Äh, Moment. Ich muss mich richtig hinstellen. Treten, treten, treten. Und dann nur drauf und dann... Haia! Oh, es klappt. Ja gut, so klappt das nicht. Wollt an aufnehmen. Okay, wer kommt hier hoch? Hä, ist er schon wieder da? Okay, ich springe erstmal hier runter, weil hier war da... Auch nochmal? Der war doch vorhin noch hier? Und dann habe ich was geskippt. Sorry, falls ja... Passiert. I guess. Oh Gott. Nein! Ach man. Ja, wie gesagt, auf jeden Fall tut mir leid, falls ich was skippe. Und auch, falls ich das Spiel nicht 100% spiele, dass ich dann irgendwas verpassen sollte. Ich bin kein Gott. Kann nicht alles auf Anhieb wissen. Wie gesagt, ich spiele alles blind. Die John war jetzt auch überraschend. Ich denke, du bist startklar. Viel Glück da draußen. Sei vorsichtig. Und schick mir in den Postkarten. Gerne doch. Let's go! Und da sind wir. Finde einen Weg hinaus. Ja, einfach treten, ne? Wo bist du? Weiß ich nicht. Wo bin ich denn? Gleich hoch. Aber ich soll vielleicht erstmal das Schick lesen. Der vielleicht klüger. Achtung! Diese Tür nicht öffnen! Dahinter steht die Bestie. Die Bestie? Da war doch keiner. Oder bin ich die Bestie? Hab ich was Schlimmes gemacht? Bevor ich da gelandet bin? Was ist das denn hier? Aber ich kann tanzen. Oh yeah. Und was ist denn das hier? Ich kann nicht mit interagieren. Hm. Und weiter geht's auch nicht. Vielleicht ist das schon später, wenn wir irgendeine Trophäe oder sowas haben. Ich hab keine Ahnung. Kann man sich da dran helfen? So? Ne. Okay. Machen wir mal weiter. Dün, dün, dün. Gibt es hier was? Oh, hier ist ein Secret Path. Ja, ich hab's gleich schon erkannt. Hier. Da hab ich genug Donkey Kong gespielt, um sowas zu erkennen. Aber ich komm nicht hoch, oder wie ist das? Oder mach ich das so vielleicht? Boing! Yes! Gibt's etwas? Was? Muss ich das jetzt verstehen? Leute, ich spiel blind. Ich verstehe nichts. Okay. Lustig, I guess. Komm, wir mal weiter. Kann ich auf die springen? Was gibt's? Na du? Hallo? Guten Morgen. Hallihallo. Äh, wie geht's dir? Gut, gut. Hänge hier bloß ein bisschen auf dem Feld rum. Was ist mit der Vogelscheuche? Schön, dass man... Dann mach mal weiter. Was ist mit der Vogelscheuche? Ernsthaft? Er verscheuche ich die alle ziemlich. Ah, du verscheuchst also die Vogelscheuche. Ich find sie so nicht irgendwie. Aber gut, sie macht halt nicht ihren Job, ne? Ist dann keine gute Vogelscheuche, du. Ach, man kann auf die Bäumen... Oh. Jemand sieht mich. Oh nein, ich bin nicht in die Ferenten. Nein, nein, nein. Hä, hä, hä. Okay, warte, hier geht's schon weiter. Ja, wie gesagt, das ist wahrscheinlich so ein Open World. Mehr oder weniger Erkundungsspiel in 2D. Was ja auch nicht schlimm ist. Ist ja eine coole Idee. Vor allem mit dieser Steuerung ist schon sehr interessant. Oh. Ich hab direkt das Resikulös anscheinend. Tut mir leid, ich bin nicht da. Komm später wieder. Aber no. Oh Gott. Oh da. Äh, okay. Verdammt. Ich hoffe, da muss jetzt niemand anders noch rüber, der nicht schwimmen kann. Hallo. Ich schwöre, ich hab gerade was gehört. Aus den Federn? Ach, keine Sorge, wahrscheinlich nur die Vögel. Ich weiß nicht, es kann ziemlich... ...forsch? Wie? Das Geräusch der Bessie, die kommt, um dich zu fressen? Pff. Mach keine Witte darüber. Sie könnte in den Federn laufen und uns anspringen, wenn wir uns umdrehen. Hey, entspann dich. Niemand hat die Beste je gesehen. Wahrscheinlich existiert sie nicht mal. Lass uns zum Dorf zurückgehen. Okay. Lass mich dann weg. Okay, ich muss sagen, bisher... ...mein erster Eindruck so gesehen, meine ersten 10 Minuten. Okay, ich sind vielleicht ein bisschen mehr als 10 Minuten nicht gerade, aber... ...interessant. Ich will auf jeden Fall wissen, was noch passiert in dem Spiel. Die Bestie! Es ist die Bestie! Ah! Tu doch was! Ah! Warte, kämpfen wir jetzt? Nee, die haben mich gefangen genommen. Die Bestie ist wahr! Oh! Oh! Ah! Hm. Sieht gar nicht so bösartig aus. Ich hätte nicht... Ich hätte gedacht, sie wäre größer. Hab sie an unseren Brücken zerstört? Beste! Warum bist du hier? Ich werde dich alle auffressen. Ich weiß nicht, warum ich hier bin. Hm. Oh. Na schön. Das ergibt keinen Sinn. Ich verstehe es nicht. Du siehst nicht gerade furchterregend aus. Nichts für ungut, aber solltest du nicht mächtig und gigantisch sein, bin ich doch irgendwie... Was sollte ich sein? Hm. Das ist sonderbar. Ich glaube, wir sollten sie befreien. Ja, sie stellt wohl keinen Gefahr da. Sieht mir nicht nach einer Bestie aus. Also gut, wir lassen dich raus. Aber du hast unsere Brücken zerstört. Hilfst du uns, sie zu reparieren, wenn wir den Käfig öffnen? Ich sehe mal, was ich tun kann. Gut, in Ordnung. Ich würde auch so ein böse Typ sein, aber die ganze Zeit sagen, nö, ich mach nichts, ich bin voll böse. Vielleicht machen wir das mal in einem zweiten Run, wenn ich mal ein bisschen alles zeigen möchte. Mal schauen. Sag mal, schau, wenn du unsere Brücke dann umgebracht hast. Alright. Dann bringen wir das mal in Warten und repariere irgendwie die Brücke. Hallo, Fliege. Rede mit mir, Fliege. Ich will das mit mir redest, Mann. Rede doch mit mir. Warum redest du nicht mit mir? Wo bin ich eigentlich? So, rennen wir erst mal ein bisschen zurück. Und da können wir noch nichts mit der Brücke machen. Da ist was. Ein Baum. Eine Spinne. Mann, das geht wieder. Lol, echt jetzt? Und da hätte ich mit der reden können. Oh nein. Du hast gesagt, ich soll das nie wieder machen. Mach das nie wieder. Geht das nicht? Nehmen wir nicht. Na, schade. Aber das hat dann wohl geklappt. Lol. Die Beste hat die Brücke repariert. Du hast die Brücke wirklich repariert. Du verdienst eine Entschuldigung. Wir haben dich für ein rücksichtsloses Monster gehalten. Aber du scheinst ganz in Ordnung zu sein. Danke. Du kannst gerne in unserem Dorf bleiben, solange du willst. Ich glaube, unser Maler hat Probleme mit irgendwas. Vielleicht könntest du da aussehen, was los ist? Alles klar. Geh und spreche mit dem Maler. Wo ist denn der Maler? Kann ich hier rein? Oh. Nein. Ich kann doch nicht schwimmen. Nein. Oh, da kommt ein Eimer runter. Ich hab noch gesehen. Was ist das hier? Apfel. Also ich brauch einen Apfel, um hier reinzukommen. Hier ist ein geheimes etwas. Hier gibt's nichts mehr. Lass mich hoch. Nein. Oh. Yes. Oh, sehr lieb von euch. Ich bin gar nicht da. Warte, wer hat mir jetzt hochgeholfen? Moment, was? Okay. Äh. Wie funktioniert das? Okay, warte, da gucken wir gleich nach. Ich will erstmal, wie gesagt, alles erkunden. Es hat nicht mehr lange die Ahren, bis der Roboter da ist. Welcher Roboter? Der Roboter soll da sein? Okay. Oh, ich mag die Musik. Oh, hallo. Wo bin ich hier? Was machst du da? Tschüss. Wo bin ich hier? Du bist in der alten Mühle. Früher haben wir hier Mehl und Brot aus unseren Feldfrüchten hergestellt. Aber seit die Roboter von Sunshine Inc. unsere Ernte abholen, brauchen wir die Mühle eigentlich nicht mehr. Ich habe gehört, sie sollen im Gegenzug gratis Geld verteilen, aber ich bin sowieso zu beschäftigt mit dem Krafttraining für meine Beine. Sonst noch was? Was machst du da? Ich trainiere meine Beinmuskeln für die Basskickmeisterschaft. Achso. Sonst noch was? Äh, die Basskickmeisterschaft? Du kennst Basskick nicht? Das ist unsere örtliche Sportart hier. Aber du solltest mit der Erfinderin reden. Sie wohnt direkt neben der Mühle. Sonst noch was? Wo bin ich hier? Okay, die sagen nichts anderes. Äh, tschüss. Alles Gute. Okay, kann ich da vielleicht mit mir auf ihn drauf? Oh, das hässlich. Ui. Secret. Super Sprung. Jahu. Okay, nein, hier gibt's nichts. Hier vielleicht in seinem Poster? Äh, nein, schon. Okay, machen wir weiter. Aber bisher muss ich sagen, ist das Spiel sehr interessant. Was haltet ihr denn von dem Spiel? Wir werden irgendwie beobachtet. Hab's gerade noch gesehen. Oh, ich hab die getreten. Könntest du aufhören? Nö. Könntest du bitte damit aufhören? Okay, jetzt hast du bitte gesagt. Jetzt höre ich auf. Aber geh weg. Zack. Dann gehen wir rein. Okay. Bestkick-Meisterschaft wird ausgetragen. Boah. Hier einfach? Die Bestkick-Meisterschaft wird ausgetragen. Super. Bist du hier, um mich herauszufordern? Ja. Prima, das Spiel geht los. Oh, Basketball. Spiel mal. Oder Melonenball. Gut. Du musst die Wasserbelone in den Kopf auf der rechten Seite zelten. Gehe ich an die linken. Also, das Reibung hat gewinnt. Alles klar? Könntest du bitte wiederholen? Gut. Könntest du bitte wiederholen? Gut. Okay, schade gesagt, ich sage nichts anderes. Ja. Gut, los geht's. Ja. Ja. Oh. Oh. Du. 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 Diese Arahorn. Und man darf die Gegner auch, ich darf meinen Konkurrenten treten. Das ist ja interessant, dass ich das darf. Ey. Habe ich mir gerade ein Eigentor? Ich habe mir gerade ein Eigentor ge- Danke. Danke. Nein. Nein. nein 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 weg damit komm komm ok nein 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 ich habe nicht verliert Nein, 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 nein. Hüah. Ja, komm. Yes. Ist nicht drin. War doch drin. Nein, 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 nein. Hau ab, hau ab. Ach Gott, was passiert hier? Das ist chaotisch. Zack. Meine Beinmuskeln sind starker als deine. Nein, 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 nein. Bam. Hau ab. Yes. Yes, gewonnen. Juhu. Ey, das war echt knapp. GG. Oh, du bist echt gut darin. Danke, dass du eh mich gespielt hast. Hier, nimm das. Fünf Münzen. Dankeschön. Die MSG hat sich auch wieder ausgetragen! Was geht? Du kennst es, merke ich nicht? Das ist die beste Spannende, die es in der Gegend gibt! Eigentlich ist es die einzige und ich habe sie im letzten Monat erfunden. Und ich glaube, sie trägt einen tollen Namen, trotz aller älter Kritik, die du vielleicht gehört hast. Außerdem bin ich die Meisterin darin. Bislang hat mich niemand geschlagen. Bist du hier, mich herauszufordern? Nein. Oh nein nein, bis bald. Ja, und ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat mit der ersten Folge, dann sehe ich euch auch. Bis bald! Bis bald! Bis bald! Bis bald! Bis bald!